halli hallo liebe zuschauer und herzlich willkommen zum dritten teil zum thema voreinstellungen in photoshop heute geht es um die werkzeugeinstellungen ja ich hatte eigentlich gesagt ich mache nicht gleich alle themen hintereinander also nicht alle teile hintereinander ich habe mich dann doch jetzt umentschieden mache jetzt den dritten teil direkt hinterher und werde diesen film jetzt auch auf einen freitag als premiere starten um 18 uhr das heißt wenn ihr den film also jetzt gerade um 18 uhr auf dem freitag guckt könnt ihr das als premiere anschauen und könnt mir live unten schreiben und ich schreibe euch dann zurück ja und genau die werkzeuge in photoshop ein sehr umfangreiches thema was man da alles einstellen kann und ich habe einige bilder geöffnet und werde euch das anhand dieser bilder mal an praktischen beispielen zeigen was passiert wenn er so oder so einstellt finde ich ist wirklich eine schöne sache wenn man das dann auch wirklich mal sehen kann und nicht einfach nur sagt ja da kann man da ein häkchen rein machen fertig ja dann hat man nichts gelernt und ansonsten ich freue mich über jeden daumen der nach oben geht und ich freue mich über jeden aber neuen abonnenten den ich dazu bekommen und jetzt würde ich sagen legen wir los am monitor bis gleich so leute es geht weiter am monitor und wir werden jetzt direkt mal photoshop voreinstellungen öffnen übrigens das kann man auch mit dem shortcut machen falls ich das noch gar nicht erwähnt habe mit command und k sind wir auch in den voreinstellungen so und dann müssen wir halt hier jetzt auf die werkzeuge klicken also die oberen drei reiter die habe ich wirklich bis auf kleinste detail euch alles erzählt aber ein moment da war noch was und zwar habe ich hier das habe ich mir aufgeschrieben hat jemand eine frage gestellt zum letzten film ganz wichtig genau und zwar hier zum thema große registerkarten da ist wohl noch mal eine nachfrage aufgetaucht deswegen werde ich das ganze jetzt mal hier abbrechen und ich werde das mal hier ausblenden und das mache ich mal klein hier so und zwar habe ich eine nachfrage bekommen hallo andreas auch der zweite teil genauso toll wie der erste teil dankeschön an der stelle und dann weiter eine anmerkung habe ich du hast ja mit der beta version gearbeitet bei der regulären version gibt es unter arbeitsbereich optionen unter große registerkarten noch eine einstellungsmöglichkeit benutzer oberfläche am betriebssystem einstellungen anpassen so und genau dann bin ich doch mal her gegangen ja ich habe das ganze an der beta version gezeigt ja und dann habe ich gedacht okay also habe ich da irgendwas übersehen beziehungsweise nein ich habe es ja wie gesagt nicht an der version gemacht an der normalen version sondern an der beta version und dann habe ich einfach mal nachgeschaut okay was meinte arbeitsbereich große registerkarten und da gibt es noch eine einstellmöglichkeit benutzer oberfläche den betriebssystem einstellungen anpassen dann schauen wir doch mal dann habe ich dann hier geguckt unter voreinstellungen arbeitsbereich und dann große registerkarten und ich habe hier nichts drinstehen habe ich gedacht okay was ich hier nicht drinstehen kann habe kann ich leider auch nicht zeigen und da habe ich mich einfach mal schlau gemacht denn ich arbeite wie gesagt mit apple und das hat also nichts damit zu tun dass ich euch das in der photoshop beta version gezeigt habe sondern ich habe eben auf apple euch das gezeigt das ist der große unterschied und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz trotz alledem so dann blenden wir das mal eben aus und da habe ich nämlich mal ein bisschen nachgeforscht erstmal vielen dank ja für diese anfrage ist immer mal wichtig solche fragen zu stellen wenn ihr sowas habt dann werde ich schauen ob ich das im nächsten film mit unterbringen kann so und dann habe ich mal ein bisschen geforscht und dann habe ich das hier gefunden neue voreinstellungen auf windows 10 was haben wir jetzt glaube ich windows 11 ist glaube ich aktuell ich bin mir nicht ganz sicher weil wie gesagt ich bin kein windows user voreinstellungen arbeitsbereich benutze oberfläche an betriebssystem einstellungen anpassen so das ist wohl irgendwie dazugekommen also betrifft es photoshop natürlich ganz klar hier oben stand irgendwas von photoshop so verwende diese einstellungen um zu verhindern dass kontext bedingte elemente der benutzer oberfläche zum beispiel pop-up menüs unter deiner hand angezeigt werden wenn du direkt auf dem bildschirm zeichnest diese betriebssystem einstellungen wird über die system voraus voreinstellungen für tinte und stift unter windows gesteuert sie ist nur für geräte verfügbar die mit einem stift verwendet werden also es betrifft nur die windows user die photoshop nutzen und zwar auch nur die die ja so ein touch display haben also ich rede jetzt hier nicht von ipads oder sowas ja sondern ich rede davon es gibt ja desktop pcs die man mittlerweile mit dem stift bedienen kann wo man auch mit dem stift schon direkt auf dem monitor zeichnen kann und damit ist jetzt gemeint da kann man jetzt einstellungen durchführen wenn ihr das dann wenn ihr windows habt wo ihr dann halt mit dieser technik arbeitet also mit einem desktop wo ihr mit dem stift halt direkt darauf zeichnen können nicht über so ein zeichentablett was ich jetzt zum beispiel nutze ja so dann könnte es ja sein dass ihr jetzt eure hand jetzt muss ich einfach gucken ihr könnt mich ja da unten sehen deswegen könnt ihr ja auch sehen was ich hier gerade für handbewegung mache wenn ihr jetzt eure hand auf eurem monitor liegt jetzt habt ihr jetzt ein stift in der hand und in dieser stift hat jetzt meinetwegen ein rechtsklick um ein menü aufzurufen um jetzt meinetwegen die pinsel einstellungen zu verändern dann könnte es ja sein dass dieses menü dieses pop up menü also das menü was aufgeht um die pinsel einstellung zu ändern jetzt genau unter eurer hand aufgeht und jetzt könntet ihr da ja nichts einstellen und genau dafür ist das im grunde genommen gedacht da könnt ihr jetzt dann die voreinstellungen so einstellen dass eben dieses pop up fenster nicht unter eurer hand aufgeht sondern irgendwo anders damit ihr dann da eben was einstellen könnt ja ich hoffe ich habe es einigermaßen klar ausgedrückt und habe diese frage beantwortet genau darum geht es eigentlich nur so ok dann geht es jetzt weiter in die beta version wieder und wenn euch da was auffallen sollte dass das vielleicht in der normalen version nicht drin ist habe ich gehe davon aus dass das auch in der normalen version dabei ist ja ok dann gehen wir mal in die werkzeuge so und dann legen wir jetzt einfach mal los und wir fangen mal mit dem obersten punkt an und ich denke mal das wissen wahrscheinlich auch schon die meisten und zwar geht es um diese quick infos zeigen ja oder die längeren quick infos zeigen ich mache mal in beides ein häkchen rein und wenn ihr jetzt zum beispiel das erste mal photoshop öffnet ist das zum beispiel beides aktiviert und zwar wenn ihr jetzt über eure werkzeuge geht und mal länger drauf halte bekommt ihr hier die relativ ausführliche geschichte und ihr könntet sogar hier einen film starten um zu gucken was passiert denn da ja so und das ist natürlich irgendwann wenn ihr euch damit beschäftigt habt genug beschäftigt dass ihr das könnt braucht ihr diese elementen nicht mehr die hier angezeigt werden und dann könnt ihr das halt abwählen und entweder ihr geht direkt auf quick infos anzeigen komplett drauf und sagt das häkchen nämlich ganz raus sind sind alle quick infos weg oder wenn ihr nur hier ein häkchen raus nimmt ihr wollt die großen infos nicht mehr haben dann kommen hier aber noch diese quick infos diese kleine pipette werkzeug steht dann hier und dann stehen ja auch direkt die die tastenkürze ja hier steht zum beispiel bei pinsel 1b so das ist ja eigentlich die verkehrt wenn man das einblenden lässt ja also das würde ich tatsächlich so stehen lassen ja da kann man ja immer mal gebrauchen dass man da noch mal irgendeine info bekommt ja aber diese großen diese längere quick infos anzeigen das kann man durchaus dann irgendwann mal abhaken so der nächste punkt ist hier gesten aktivieren was könnte das heißen ja also da könnt ihr lange ausprobieren wenn ihr das abhakt oder anhakt und ihr arbeitet an einem ganz normalen computer wo ihr eine tastatur und eine maus habt oder meinetwegen auch ein zeichenstift tablett ja was ich ja auch habe wenn ich arbeite da wird sich nichts ändern das betrifft tatsächlich nur leute die an einem laptop arbeiten mit so einem trackpad ja weil dieses trackpad das kann gesten erkennen zum beispiel wenn ihr auf eurem laptop mit zwei fingern auf eurem trackpad das bild groß und klein ziehen wollt das sind gesten die damit gemeint sind macht ihr das häkchen raus könnt ihr über euer trackpad am laptop halt nicht mehr diese handbewegung machen um das bild groß und klein zu zoomen das sind diese gesten ja kann man drin lassen jetzt hier also im fall dass man an normalen pc arbeitet kann man rausnehmen hat keine verwendung dann in dem bereich ok dann haben wir hier um schalttaste für anderes werkzeug dann machen wir das mal zu damit ich euch das zeigen kann wenn ihr jetzt zum beispiel auf dem pinsel seit und ihr drückt jetzt pinsel hat ihr hier tastenkürzel b und wir sehen schon jedes werkzeug was wir haben wir haben ja auch noch einen buntstift und so weiter unter diesem pinsel hat immer ein b so wenn ich jetzt ein b drücke dann bleibt das natürlich da wo jetzt hier wo wir jetzt drauf sind wir sind jetzt offen b könnt ihr jetzt auch ein e drücken zack denn springe ich hier auf das radiergummi das b wenn ich jetzt wieder auf dem pinsel drücke ich jetzt die shift taste und das b dann springe ich jetzt innerhalb meines pinsel in verschiedene pinsel halt das ist zum beispiel glaube ich das ist der buntstift dann haben wir hier den mischpinsel glaube ich das ist glaube ich der mischpinsel ja und kann man ja auch mal aufmachen dann sieht man mal was ich euch das hier unten ist der mischpinsel dann haben wir den farbe ersetzen pinsel und so weiter und mit gedrückter shift taste und mit dem b können wir jetzt von einem werkzeug zum nächsten wechseln innerhalb der pinsel so das ist das wenn ich jetzt das häkchen raus mache werkzeug und ich mache jetzt hier diese umschalt geschichte raus und wenn ich jetzt aufs b drücke ohne die umschalt taste dann wechsel ich jetzt tatsächlich nur wenn ich wenn ich das b drücke ständig von einem werkzeug innerhalb des pinsels zum nächsten das kann vielleicht mal zu verwirrung führen wenn ihr aus versehen sag ich mal ihr seid jetzt auf dem radiergummi und jetzt wollte das b drücken weil ihr wieder auf einem pinsel wollt ja aber ihr drückt es irgendwie aus reflex zweimal drauf denn seid ihr plötzlich raus aus eurem pinsel und seid jetzt plötzlich auf dem korrektur pinsel werkzeug so und das wäre jetzt blöd ja und jetzt müsst ihr euch erst hier durchwurschteln bis ihr dann wieder hier bei dem normalen pinsel seid also ich persönlich möchte das lieber mit der umschalttaste umwechseln das werkzeug als wenn ich ja nur einfach aufs b drücken muss ich springen von einem pinsel werkzeug zum nächsten das finde ich nicht gut ich möchte das lieber mit der umschalttaste bedienen können so nächste punkt über scrollen über scrollen heißt wenn ihr jetzt hier die lehrtaste drückt dann könnt ihr hier euer bild hin und her bewegen ihr könnt das bild auch raus bewegen aus eurem arbeitsbereich irgendwo hin so das könnt ihr auch machen wenn ihr das bild das bild groß zieht und euer hand benutzt könnt ihr das bild hier auch hin und her bewegen das könnt ihr wie gesagt aber auch machen wenn ihr das einfach hier so offen auf eure arbeitsoberfläche liegen habt und das komplett sehen könnt dann könnt ihr das mit der lehrtaste und mit dem mit der gedrückten linken maustaste so hin und her bewegen und auch hier aus dem bild raus ziehen gehe ich jetzt her vor einstellungen und wähle das jetzt ab über scrollen ok und ich mache das jetzt nochmal ich drücke es die lehrtaste ich kann das bild nicht mehr bewegen und wenn ich nur wenn ich jetzt hier rein zoome so und ich bin etwas größer aber als meine arbeitsoberfläche seht ihr unten links da ist das bild zu ende jetzt kann ich mit der gedrückten lehrtaste das bild komischerweise hin und her bewegen ja jetzt kann ich das überscrollen nennt man das aber sobald ich jetzt hier in der größe bin dass ich hier innerhalb meines arbeitsfeldes bin kann ich das bild nicht mehr hin und her bewegen ja das finde ich eigentlich ziemlich blöd denn angenommen ich möchte jetzt mal na wo haben wir es denn jetzt so ich möchte dieses bild jetzt mal auf dieses bild ziehen so also mit dem verschiedenen werkzeug bewege ich jetzt dieses bild hier rüber und lasse das jetzt hier in dieser datei mal los so jetzt sehen wir ja das bild ist viel größer als die datei die ich jetzt einfach leer angelegt habe und ich möchte jetzt hier irgendwo komposing starten jetzt bin ich auf ein verschieben werkzeug und ich aktiviere jetzt mal hier oben den transformationsrahmen so jetzt sehen wir schon wir sehen gar keinen transformationsrahmen denn der bild ist wie gesagt viel größer ich möchte das aber jetzt gerne möchte das gerne jetzt aber skalieren so und jetzt habe ich dieses scrollen überscrollen ausgeschaltet so normalerweise könnte ich ja jetzt hergehen mit gedrückter leertaste könnte ich das bild ja jetzt hier hoch schieben damit ich unten an meinem ankerpunkt komme um jetzt zu transformieren kann ich jetzt aber nicht so ich zeige euch jetzt mal wenn ich das jetzt umstelle was ich meine war was überscrollen so und bestätigen jetzt kann ich mit gedrückter leertaste das bild ein stückchen hochziehen und kommen jetzt hier unten an meinem ankerpunkt dran und kann das jetzt einfach skalieren durch das haben möchte so und kann das jetzt hier irgendwie in mein bild bringen das könnte ich sonst nicht dann müsste ich jedes mal erst wenn ich jetzt irgendwo hier bin und ich sehe das jetzt dann könnte ich jetzt raus suchen bis ich das ganze jetzt hier sehe und dann komme ich natürlich auch an meinem ankerpunkt also ich würde das auf jeden fall angehakt lassen das hat auf jeden fall vorteile dass wenn wir jetzt hier das bild komplett sehen dass ich auch trotzdem überscrollen kann und das bild hier irgendwo hinlegen kann ich das möchte damit ich zum beispiel eben an diesen transformationsrahmen dran kommen ja ok dann wieder zum nächsten punkt das haben wir abgehakt das überscrollen dann hier zieh schwenken aktivieren was haben wir hier das ist jetzt aktiviert das ist folgendes ich mache mir hier mal so ein bild auf und ich gehe jetzt mal näher rein und angenommen ich möchte das bild mal genauer betrachten dann drücke ich jetzt wieder die leertaste und das hier ich drücke einmal kurz hier drauf und lass die linke maustaste los und ich kann das bild so richtig schön hier hin und her schwenken ganz sanft ja und wenn ich jetzt zum beispiel mal so ein bild genau begutachten möchte und ich will jetzt hier oben rechts anfangen und nach fehlern suchen wenn ich mit meinem composing fertig bin oder so dann kann ich hier schön also einmal ins bild klicken links loslassen ziehen und dann zieht das so mit wenn ich das ganze jetzt ausstelle dann sieht das alles ein bisschen unschöner aus ja das aktiven immer wenn ich das jetzt mache gedrückte leertaste so das hakt sofort fest also ganz unkomfortabel möchte ich mal sagen finde ich nicht schön so ja und das ist jetzt hier dieses zieh schwenken mit gemeint ja das würde ich auf jeden fall aktiviert lassen wir sehen schon hier diese haken die ich jetzt hier rein machen die kann man wirklich alle auch wirklich so rein machen wie ich das jetzt hier mache das könnt ihr gerne so übernehmen da habt ihr dann auf jeden fall den besten service von photoshop eingestellt wenn es um die werkzeuge geht dann haben wir hier doppelklick auf ebene maske startet arbeitsbereich auswählen und maskieren also den arbeitsbereich auswählen und maskieren erreichen wir durch einen doppelklick auf die ebene maske machen wir jetzt mal ich aktiviere das mal ich habe nämlich deaktiviert und angenommen ich habe jetzt hier ja irgendeine ebene und da habe ich jetzt eine maske drauf so das ist ganz einfach eigentlich ist ja logisch steht ja auch wirklich so da wie man das gemeint hat doppelklick und ich komme auf einmal hier in diesen auswählen und maskieren bereich da breche ich aber jetzt ab weil das ist für mich nichts brauche ich nicht denn wenn ich jetzt hier die maske angeklickt habe kann ich genauso gut hier unten über meine eigenschaftenfeld unten drauf gehen aussehen und maskieren ja oder ich gehe auf rechtsklick und dann kann ich auch sagen auswählen und maskieren hier auf der ebene selber also auf der maske selber rechtsklick drauf dann habe ich das auch hier aber durch einen doppelklick möchte ich da nicht drauf kommen weil das passiert schon mal schnell zum beispiel wenn ich jetzt hier eigentlich einen neuen namen eingeben möchte hier unter ebene ein doppelklick dann gebe ich da einen neuen namen ein und dann kann es schon mal sein dass ich daneben klicke und dann komme ich auf die maske also auf die maske und dann geht jetzt mal dieses menü auf und das möchte ich nicht das ist der einzige hintergrund zu diesem häkchen doppelklick auf ebene maske gestartet nehmen wir raus brauche ich nicht nächster punkt härte des runden pinsels anhand des vertikalen hat bewegung variieren was hat heißt das habe ich euch im letzten film oder was vorletzte film habe ich das schon mal gezeigt das heißt hat display also den kopf zum bildschirm geneigt ich muss also nicht vom bildschirm weg gucken sondern ich bleibe immer auf dem bildschirm und regel irgendwas mit tastenkürzeln so das ist eigentlich nichts anderes mit gemeint und jetzt steht hier härte des runden pinsels anhand des vertikalen hat bewegung variieren was heißt das da ist jetzt ein häkchen drin das heißt folgendes wir können wenn wir mit apple arbeiten ich zeige euch oder ich sage euch jetzt gleich auch wie die tastenkürzel für windows sind kann ich jetzt wenn ich auf dem pinsel bin so ich mache jetzt mal den pinsel etwas größer damit ihr das auch gleich gut sehen könnt und noch größer vielleicht sogar so ja das sollte reichen und ich möchte jetzt nicht hier oben drüber wie ich das gerade gemacht habe die größe des pinsels verstellen und auch nicht die härte des pinsels verstellen ja ja das nervt mich jetzt wenn ich jetzt irgendwas zeichnen möchte oder so und ich muss jedes mal hier oben das aufklicken und hier oben können wir die deckkraft einstellen so auch wichtig kommen jetzt gleich zu und ich kann jetzt diese diesen hat ja noch mal hier drauf gehen damit ich das noch mal eben genau vorlesen kann also hier noch mal anhand der vertikalen hat bewegung kann ich die härte des runden pinsels variieren so heißt also jetzt ich brauche jetzt hier oben nicht irgendwas einstellen sondern ich drücke jetzt bei apple die kontroll und die alttaste gleichzeitig nehme jetzt die linke maustaste und jetzt kommen wir hierhin guck mal hier da sehen wir jetzt auch einmal oben eingeblendete durchmesser härte und deckkraft ziehe ich den pinsel jetzt vertikal also die maus vertikal nach unten wird die pinsel spitze härter das sehen wir jetzt anhand dieser zeit dieser zeichnung die wir jetzt hier auch sehen in diesem pinsel selber seht ihr das das wird jetzt einmal weich und es wird hart es wird weich und es wird hart so und wenn ich jetzt nach rechts bewege wird die pinselspitze größer und nach links bewege wird die kleiner so und jetzt könnte ich aber auch sagen ich möchte aber nicht die härte des pinsels hier einstellen sondern ich möchte gerne die deckkraft einstellen was aber keinen sinn macht und deswegen zeige ich euch das jetzt gar nicht ich stelle das jetzt gar nicht um denn wenn ihr bei den voreinstellungen ach komm ich stelle das jetzt aber kurz um wo haben wir es hier wenn ich das häkchen rausnehmen mit ok bestätige ich mache jetzt wieder mit kontrol und alt das gleiche und ich gehe jetzt rauf und runter wird die deckkraft verändert seht ihr das könnt ihr auch oben hier oben deckkraft könnt ihr das auch lesen so das macht für mich aber keinen sinn deswegen stelle ich das jetzt um ich zeige euch auch gleich warum ich werde da jetzt wieder das häkchen rein machen mit ok bestätigen denn so jetzt kann ich wieder hier ganz normal die härte jetzt habe ich natürlich die deckkraft untergestellt so die härte einstellen und die größe des pinsels denn warum soll ich das jetzt über diese hat bewegung machen wenn ich doch hier oben die deckkraft auch gar nicht so ziehen muss sondern ich kann einfach auch mit tastenkürzeln die deckkraft verstellen nämlich zum beispiel wenn ich die 1 drücke ja habe ich die 1 hier unten die 1 10 prozent 2 20 prozent 2 2 22 prozent 5 sind 50 prozent 55 sind zum beispiel 55 prozent und die 0 sind 100 prozent und so weiter und so fort ja so könnt ihr nämlich auch die deckkraft einstellen dann könnte ich das doch gleich lieber so lassen dass ich mit kontrol und alt taste hier die weichheit einstelle links und rechts kann ich die größer einstellen und nur mit den zahlen kann ich die der kraft einstellen deswegen lasst das häkchen am besten drin und die die windows user die müssen dann die steuerung steuerungs und alt taste drücken also steuerung und alt und dann auch mit der linken maustaste dann könnt ihr auch diese hat bewegung machen so und dann gehen wir direkt aufs nächste pfeiltasten drehen pinsel spitze so da lasse ich jetzt direkt ein häkchen drin das zeige ich euch jetzt auch gar nicht was passiert wenn man das rausnehmen das macht ja keinen sinn dann ist ja klar dann dreht sich die pinsel spitze nicht mehr und ich zeige euch jetzt mal anhand eines beispiels wozu das richtig gut ist dass man das mit den pfeiltasten machen kann wenn wir jetzt mal in meinen pinseln man anderen pinsel auswählen und zwar hier meine gemaserte feder 2 einer meiner lieblings pinsel und gehen wir hier in die voreinstellungen da zeige ich euch jetzt nämlich mal ganz kurz die pinsel einstellungen ich habe hier nämlich mal so ein paar jitter eingestellt damit der pinsel sich jedes mal bei jeder bewegung verändert ja die größe verändert sich der winkel verändert sich und dadurch kann ich zum beispiel ein fell animieren ja ich zeige mal wie es aussieht wenn ich jetzt einfach mal auf einer leeren ebene hier mit einem schwarzen pinsel jetzt damit male ja dann seht ihr was ich meine ich male hier ja das könnte auch schon so ein feld hier sein hier am rand so das ganze werde ich jetzt aber mal löschen und ich werde diese diese und ich werde dieses bild jetzt mal über das schloss öffnen und ich werde hier trägt meine maske anlegen denn ich würde jetzt einfach mal diesen tiger hier freistellen wollen so und ich lege mir mal meine tastatur jetzt auf die rechte seite und meinen zeichenstift tablett in die mitte so und jetzt kann ich mit zwei händen gleichzeitig arbeiten und zwar werde ich jetzt mit meiner rechten hand mal meine tastatur bedienen und mit meiner linken hand ich bin ja links händer zeichne ich jetzt mit meinen zeichenstift so und ich möchte jetzt gerne diesen tiger freistellen und ja das habe ich ja hier ich lege mal hier drüber eine leere ebene damit ich euch das mal zeigen kann wenn ich jetzt hier mal so male dann seht ihr ja jetzt hier dass ich immer in die gleiche richtung mal er hat der pinsel hat jetzt hier halt diese richtung so ich kann aber jetzt hergehen und kann jetzt mit der rechten feiltaste also feiltaste rechts gedrückt halten denn geht diese pinsel spitze links rum und wenn ich die linke taste drücke geht die pinsel spitze rechts rum und bewegt sich ganz langsam so und so kann ich jetzt tatsächlich wunderbar komfortabel ja in jede richtung mal nicht mal jetzt mal so dann drehe ich die mal so ein bisschen dann mal ich so und wieder ein bisschen drehen und dann mal ich so und das kann ich natürlich auf einer maske machen und wenn ich mich diesen tiger hier freistellen möchte dann drehe ich jetzt mal in der pinsel spitze so dass ich jetzt ja ich mache die auch mal ein bisschen kleiner das kann ich über meinen zeichenstift tablett machen ich drehe die ein bisschen kleiner so und so mal ein bisschen rein und jetzt schaut mal hier oben muss ich ja meine pinsel spitze in diese richtung haben natürlich muss ich mit schwarz zeichen damit ich die maske ausblenden kann so kann mir jetzt hier schön um das fell freistellen ja und jetzt komme ich aber hier in den bereich wo ich die pinsel spitze drehen muss weil ich hier hier in eine kurve gehen okay ich werde jetzt hier keine tolle freistellung machen ja jetzt muss ich hier wieder im ohr malen also muss ich wieder auf die rechte feiltaste drücken weil ich muss hier jetzt hier bergauf gehen jetzt macht er wieder eine kurve und so weiter und so fort dafür ist diese funktion dass wir die linke und die rechte feiltaste dazu nutzen können meine pinsel spitze zu drehen eine ganz ganz geniale sache ja okay wir werden das ganze aber jetzt mal direkt wieder rückgängig machen nicht dass ich nachher aussehen meine tollen bilder hier irgendwie abspeichern okay voreinstellungen werkzeuge das war schon der nächste punkt feiltasten drehen pinsel spitze da lasse ich auf jeden fall ein häkchen drin und wir sehen schon bis jetzt habe ich jetzt ein häkchen rausgenommen alle anderen würde ich tatsächlich drin lassen okay dann kommen wir zum nächsten punkt vektor werkzeuge und transformationen an pixelrasse ausrichten das ist folgendes ich lasse das häkchen jetzt drin und zwar gehen wir jetzt mal hier auf ein nächstes bild nehmen wir das jetzt mal das ist so ein bild für einen kunden also da mache ich öfter mal bilder für und ich muss solche lkws dann halt freistellen die fotografiere ich direkt in der firma in der halle und anschließend wenn ihr in ein anderes bild eingebaut dazu habe ich sogar schon mal einen film gemacht und ja und dann geht das so los ich muss mir irgendwo einen punkt an raussuchen wo ich dann anfangen freizustellen und angenommen ich nehme jetzt mal hier direkt so ein komplexes teil hier das soll mit dabei sein und wenn wir jetzt mal näher rein zoomen sehen wir schon dass wir hier wenn wir näher rein zoomen das raster angezeigt bekommen als pixelraster ja und so steht es ja auch hier in der voreinstellung vektor werkzeuge und transformationen an pixel raster ausrichten und das ist damit gemeint dieses pixel raster hier wenn wir näher rein zoomen dann sehen wir tatsächlich jeden einzelnen pixel und jetzt passt mal auf was passiert wenn ich dieses häkchen drin habe wenn ich jetzt hier irgendwo in der mitte von diesem pixel ich so mal ziemlich weit rein hier reinklicke mit meinen zeichenstift das ist ja ein vektor basiertes werkzeug und das steht ja dann auch oben in der voreinstellung vektor basierte werkzeuge und wenn ich jetzt hier mal irgendwo mitten in diesem pixel rein klicke passiert folgendes der setzt immer irgendwo nicht mitten im pixel an sondern immer irgendwo an der kante ja so und das also wenn ich jetzt hier in klick ist klar dann will ich das ja haben aber angenommen ich möchte mal nicht so klicken sondern ich möchte mitten rein klicken hier in so ein pixel dann schwupp springt er immer auf die kante und das kann unter umständen schon mal wirklich blöd sein dass das passiert weil wenn ich jetzt mal die voreinstellung umstelle das kann ich auch mittendrin machen ist kein problem ich mache jetzt das häkchen raus okay und wenn ich jetzt mal hier in den pixel rein klicken sehen wir jetzt kann ich auch hin klicken wo ich will da bleibt wirklich ganz präzise da wo er sein soll ja so und angenommen ich möchte jetzt aber mal wirklich so ein ganz komplexes teil irgendwas freistellen wo ich also auch wirklich pixel genau freistellen möchte dann macht das also sinn angenommen wir gehen jetzt mal hier hin ja da sieht man ja genau die umrandung von dem pixel ich muss jetzt natürlich dann wieder vor einstellungen werkzeuge das häkchen wieder rein machen und hier macht das ganze jetzt also sinn wenn ich jetzt hier pixel genau mal freistellen möchte brauche ich jetzt immer nur auf die kante klicken und kann auch mal ruhig daneben klicken ist egal das springt immer dahin wo es sein soll nämlich genau auf die kante ja dann könnte man jetzt hier noch klicken und hier und jetzt klicke ich vielleicht ein bisschen daneben neben der kante aber ich kann sehr pixel genauer kann ich jetzt anfangen hier freizustellen ja und nichts anderes ist damit im grunde genommen gemeint ja also wenn wir wirklich hier pixel genau arbeiten wollen dann können wir das häkchen drin lassen und ansonsten wenn wir wirklich unser ankerpunkt dahin setzen wollen wo wir das wirklich wollen und zwar ganz genau dahin dann dürfen wir dieses häkchen hier nicht drin haben ja also ich habe es tatsächlich immer drin denn aus dieser nähe stellt man in regel nicht frei sondern naja wo sind wir ungefähr hier ja so und da fange ich an freizustellen ja also in der regel so bei 100 prozent ansicht ja also da sieht man die pixel leider noch nicht vielleicht sind bin ich auch mal in einer 200 prozent ansicht aber das ist dann vielleicht so groß dass man auf jeden fall die pixel gar nicht sieht und dann ist das vollkommen egal so genau muss man nicht klicken das ist äußerst selten ja so der nächste punkt referenzpunkt und bei verwendung von transformieren anzeigen ich werde dazu jetzt war einfach ein anderes bild öffnen damit sich langweilig wird wo haben wir es hier nehmen wir das jetzt mal habe ich tatsächlich auch schon mal einen film zu gemacht und angenommen ich möchte jetzt hier mal zum beispiel den himmel austauschen ich mache jetzt mal irgendwas ist ja vollkommen egal so himmel austauschen so ich möchte hier gerne einen anderen himmel drin haben dann könnte ich das zum beispiel bearbeiten machen himmel austauschen und dann habe ich hier schon mal einen himmel der passt ja schon mal ganz gut rein ich bestätige mit ok natürlich könnten wir ja noch tausend sachen einstellen und ich bestätige mit ok jetzt haben wir den himmel hier und der passt natürlich nicht rein weil der müsste jetzt natürlich also passt schon hier rein aber wir haben jetzt keinen spiegel im wasser das ist natürlich ist eine grundvoraussetzung mit das echt aussieht wie würde ich das ganze machen ich würde jetzt einfach mal mit gedrückter alttaste ich muss ja mal meine tastatur wieder hierhin holen so mal ein bisschen umbauen hier so und mit gedrückter alttaste würde ich mir jetzt einfach mal diese himmel ebene hier oben drüber ziehen so und dann müssen wir noch hier diese verknüpfungskette hier die müssen wir lösen indem ich jetzt hier einfach auf diese kleine symbol klicken ist das weg sonst funktioniert die ganze geschichte nicht so als nächstes möchte ich gerne diese ebene die ich jetzt hier drüber gelegt habe vertikal spiegeln so genau dafür muss ich jetzt aber erstmal die maske hier löschen die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr eben eine maske löschen die stört jetzt sieht jetzt ein bisschen komisch aus und ich möchte jetzt gerne die spiegelung hier unten im wasser haben heißt ich muss das jetzt vertikal spiegeln heißt ich gehe jetzt hier auf datei dann auf nein auf bearbeiten und dann auf frei transformieren und jetzt sehen wir schon wenn ich mal ein bisschen raus so dass wir jetzt hier die transformation hier oben angelegt bekommen haben denn der himmel den wir jetzt hier transformieren wollen der geht ja hier oben weiter den können wir nicht sehen wir könnten jetzt hin und her verschieben mache ich mal hier oben da geht er weiter so ich habe das jetzt aber so angelegt bekommen jetzt möchte ich das aber vertikal spiegeln und zwar so dass sozusagen der himmel sich runterklappt einmal nach unten nicht den referenzpunkt jetzt hier stehen lassen dann würde sich das bild sozusagen so einfach nur einmal vertikal spiegeln nee so rum jetzt möchte ich aber dass das bild so sozusagen runter geklappt wird dafür muss ich diesen referenzpunkt nämlich einfach nehmen und muss den jetzt hier unten hinlegen und genau dafür brauchen wir zum beispiel so einen referenzpunkt ja so und wenn ich den jetzt dahin gelegt habe dann kann ich jetzt nämlich hergehen und sagen bearbeiten transformieren und vertikal spiegeln zack jetzt habe ich ihn direkt da wo ich ihn haben möchte den himmel bestätigt mit ok muss das ganze jetzt nur in einen anderen modus setzen versuche mal mit weichem licht aber was jetzt hier dann würde ich jetzt hier eine maske anlegen und dann würde ich das ganze könnte jetzt mal ansatz halber machen ja ich habe jetzt mein zeichen tablette ziemlich weit oben liegen jetzt will ich nicht wieder umbauen und ich würde jetzt dann mit schwarzer farbe das ganze hier aus maskieren so dass wir jetzt nur jetzt auf dem wasser haben beispielsweise so jetzt mal so ein kleines beispiel habe ich tatsächlich schon mal film zu gemacht dann haben wir die spiegelung hier drin ist kann man auch die deckkraft untersetzt und so weiter genau das gleiche wenn ich jetzt sage ich will jetzt mit mit auswahlrechteck will ich mir jetzt hier auf einer neuen ebene einfach jetzt hier was aufziehen und sag mal fläche füllen ich fühle das jetzt mit schwarz so auswahl aufheben und jetzt sage ich bearbeiten frei transformieren dann haben wir diesen referenzpunkt jetzt in der mitte wenn ich das jetzt drehe drehe ich das um den referenzpunkt lege ich den aber jetzt mal wegen hier hin dann drehen wir das ganze um diesen referenzpunkt das ist damit gemeint ok und genau das ist der haken um den es dann hier geht und da würde ich ganz klar sagen auf jeden fall drin lassen dass wir diesen referenzpunkt sehen können nächster punkt tastatur befehle für feder unterstützte werkzeuge habe ich mal einen film zu gemacht denn dieser punkt der kann schon mal dazu führen dass man glaubt dass seine werkzeuge nicht richtig funktionieren und zwar geht es da jetzt um tastenkürzel ich breche das mal ab hier ist jetzt ein haken drin ihr kennt das mit sicherheit ihr wollt jetzt auf dem pinsel seine wollte jetzt irgendwas machen wollte jetzt malen und anschließend wollte jetzt auf den radiergummi radiergummi hat ja das e als tastenkürzel und der pinsel 1b jetzt möchte ich aber vom pinsel auf den radiergummi springen also drücke ich jetzt das e und zwar ganz kurz zack ok jetzt möchte ich hier was weg radieren vollkommen egal jetzt ja jetzt radiere ich irgendwas weg dann ist das wieder weg jetzt möchte ich wieder auf meinen pinsel drücke ich das b bin ich auf dem pinsel und kann wieder dazu malen so und jetzt passt mal auf was passiert jetzt drücke ich wieder das e weil ich wieder weg radieren möchte jetzt drücke ich drauf und was passiert denn jetzt ich drücke lass los drück lass los jetzt springt das immer wieder zurück auf den pinsel obwohl ich jetzt das gleiche mache wie vorher ich drücke auf das e und lass wieder los das liegt einfach daran dass ich zu lange auf das e drücke ich darf nur ganz kurz drauf drücken und das sind die sogenannten feder unterstützten werkzeuge heißt wenn ich einmal kurz drauf tippe so einmal kurz drauf tippe dann bleibt das auch da wo es hin soll wenn ich aber zu lange zum beispiel auf mein pinsel drücke jetzt und wieder los lasse springe ich auf das letzte werkzeug zurück und das kann das ganze das können wir in den voreinstellungen sogar noch manipulieren also wenn ich das werkzeug jetzt hier auswähle und sage ich nehme das weg hier diese federunterstützung dann ist das halt so dass wenn ich jetzt zum e möchte dann bleibe ich da und wenn ich zum b möchte und jetzt lange halt und wieder los lasse bleibe ich trotzdem bei dem pinsel dann kann das nicht mehr passieren dass wir plötzlich irgendwo hinsprung wo wir gar nicht mehr wollen so und aber angenommen wir wollen diese federunterstützung nutzen aber wir müssten eventuell eine längere zeit einstellen ja nämlich zum beispiel sagen wir mal das sind millisekunden ich könnte jetzt eine etwas höhere zeit einstellen und schon ja habe ich dieses problem nicht mehr wenn ich nur ein bisschen zu lange drauf drücke dann macht das also nichts aus da muss ich schon relativ lange drauf drücken damit dieser fehler auftaucht so da gibt es tatsächlich schon einen film zu da habe ich wirklich mir mal die mühe gemacht genau zu diesem punkt einen film zu machen weil viele da das problem haben dass sie nicht wissen warum funktionieren jetzt meine tastenkürzel nicht mehr ok nächster punkt transformationswerte anzeigen oben links oder nie oder oben rechts unten links und so weiter und so fort damit ist folgendes gemeint ich habe es oben links eingestellt eingeschaltet dann angenommen ich sage jetzt hier die auswähle hebe ich jetzt mal auf so und wir gehen jetzt mal auf der ebene wo ich hier mein rechte habe ich ziehe das mal irgendwo hin wo es kann man hier ganz gut sehen so und jetzt sage ich bearbeiten und dann frei transformieren und ich drehe das jetzt mal dann seht ihr hier auch die gradzahl ja genau da wo ich jetzt angepackt habe zum drehen dann sehen wir genau wie viel grad wir das verstellen so und da kommt es jetzt darauf an wenn wir jetzt zum beispiel sagen müssen natürlich jetzt bestätigen und ich sage voreinstellungen werkzeuge und ich sage jetzt mal ich möchte das jetzt unten links haben okay vollkommen egal und jetzt fange ich mal anders zu drehen dann habe ich das jetzt hier unten links stehen ja unterhalb von meinem drehpfeil mehr ist damit nicht gemeint okay das jetzt auch einfach da stehen lassen dann muss ich jetzt nicht wieder umstellen vollkommen egal wo mir das angezeigt wird so nächste punkt und dann sind wir auch bald mal durch mit bild laufrad zoomen ganz klar muss ich unbedingt angehakt haben denn wenn dann haken drin ist und ich werde jetzt mal das bild hier komplett wieder zurücksetzt sieht ja ganz gruselig aus hier so und angenommen ich möchte jetzt in das bild rein so ich brauche gar nichts machen egal auf welchen werkzeug ich bin wenn ich dieses häkchen drin habe dann kann ich einfach mit meiner maus da kann ich dran drehen man drehrädchen oder beim apple bei der maus hat man ja kein drehrädchen macht man das ja hier einfach über die fläche und ich kann rein und raus so sehr komfortabel schöne geschichte ja wenn man das nicht hat dann funktioniert halt nicht wenn ich das jetzt mal rausnehmen bei mir ist es jedenfalls so ich weiß nicht ob das bei euch dann genauso ist ich das räckchen rausnehmen hier und ich versuche jetzt mal zu suchen dann passiert das dann kann ich nach links und nach rechts und nach oben und nach unten ja je nachdem wohin ich meine hand bewege zumindest bei meiner apple maus ist das so ich möchte aber auf jeden fall rein suchen da habe ich mich über jahre daran gewöhnt dass ich mit meinem bild laufrad zoomen kann nächster punkt animierter zoom das funktioniert tatsächlich wie manche dinge auch dieses zwischenschwenken müsste eigentlich auch hier stehen ich gucke mal eben wenn ich hier drauf halte ja steht auch hier hinten guck mal auf das gelbe feld ganz hinten open gl ja das ist erforderlich übrigens wenn das ja ich gehe jetzt hier nochmal drauf animierter so legt fest ob zoom vorgänge animiert ablauf open gl zeichnung erforderlich da müsst ihr mal gucken geht mal hier in leistungen greifen mal vor da muss dieser grafikprozessor angehakt sein ganz wichtig ansonsten und hier könnt ihr noch mal verweiterung gehen muss hier bei open cl verwenden häkchen drin sein so wenn das gewährleistet ist dann könnt ihr mit diesen animierten zoomen ja häkchen reinsetzen und wenn ich jetzt auf meinem lupenwerkzeug bin das ist natürlich erforderlich ihr müsst auf dem lupenwerkzeug sein und wenn ich jetzt meine linke maustaste drücke und festhalte dann so mich rein ganz gemütlich und langsam drücke ich jetzt die alt taste ihr könnt ja hier sehen da bin ich jetzt auf dem plus drücke ich die alt taste springe auf das minus und drücke ich wieder dann währenddessen auf meine linke maustaste so mich wieder raus lasse ich die alt taste los drückt wieder drauf halt fest so mich rein also ich mag gar nichts halt wirklich nur die linke maustaste fest und das war's und jetzt drehe ich einfach wieder mit meinem haus hat ja also wir müssen dann können das so oder so machen wie wir wollen also diese animierte zoom der ist toll wenn wir den ausstellen dann sieht es folgendermaßen aus weil das ist auch nicht schlecht kann man machen wie man möchte ja wenn ich jetzt das häkchen hier raus mache dann habe ich die richtige getroffen und ok klicke und wenn ich jetzt auf meinem lupenwerkzeug bin und angenommen ich möchte da oben mal rein gucken was ist das denn da oben denn ziehe ich einfach jetzt durch drücken auf die linke maustaste ziehe ich jetzt rahmen auf und wenn ich jetzt los lasse springe ich automatisch dahin auch eine praktische sache ja und jetzt kann ich aber wieder raus suchen indem ich mein drehrad nutze auch eine praktische sache man muss sich entscheiden entweder so oder so ja ok also entweder mit dem animierten zoom ja wie das gerade gezeigt hat oder häkchen raus und dann kann ich den rahmen aufziehen über einen bereich den ich dann direkt groß angezeigt bekommen ich lasse das häkchen mal raus ich habe mich jetzt eigentlich daran gewöhnt dass ich den rahmen nutze um schnell irgendwo hinzukommen zoom ändert fenstergröße da machen wir mal ein häkchen rein was bedeutet das fenster ist ja folgendes wenn ich das sind ja die registerkarten da habe ich euch ja schon im letzten film gezeigt was man damit machen kann so und jetzt mache ich aus der registerkarte ein fenster indem ich das einfach hier raus lege so und jetzt mache ich noch ein häkchen ähm bei zoom ändert fenstergröße habe ich schon reingemacht das häkchen so und wenn ich jetzt hier fenstergröße anpassen wenn ich da auch noch ein Haken dran habe sonst würde das nicht funktionieren also ich muss beides anhaken und ich zoome jetzt mal mit dem plus in das bild indem ich einmal reinklicke ja ich habe jetzt hier mein zoom werkzeug aktiviert klicke ich einmal rein jetzt passt mal auf was passiert mit dem fenster das fenster wird größer ich so nicht sozusagen in das bild rein sondern einfach für das fenster größer und so war so groß dass es irgendwann mal die ganz blätter arbeitsfläche bis hier ganz am rand eingenommen hat wenn ich weiter drücke jetzt jetzt so mir sozusagen ins bild rein so wenn ich jetzt die alttaste drücke passiert genau das gegenteil die zoom so lange raus bis das bild eigentlich vom rahmen her komplett zu sehen ist wenn das passiert ist dann fängt an dass dieses fenster kleiner zu werden ja also wird kleiner 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 bei jedem klick wird zu sagen das fenster wird dann kleiner so wenn ich das häkchen nicht drin habe entweder wenn ich das häkchen hier raus nehme ja das funktioniert jetzt wieder nur so es ist genau das gleiche als wenn ich jetzt sage ich mal dieses häkchen drin habe aber bei den voreinstellungen dieses häkchen raus nehme dann ist das auch deaktiviert ja warum sie dann jetzt hier nochmal extra eine häkchen gemacht haben ich kann es euch nicht sagen blödsinn aber ich benutze ja sowieso keine fenster sondern immer die registerkarten so das möchte ich immer so machen und dann spielt die ganze geschichte hier sowieso keine rolle weil dann braucht man diese funktion nicht weil wir hier kein fenster haben was größer werden kann so und dann kommen wir zum nächsten punkt und zum letzten punkt angeklickten punkt zentrieren so da machen wir jetzt mal ein häkchen rein was bedeutet das ich bestätige mit ok wenn wir jetzt hier auf unserer lupe sind und ich klicke jetzt hier ins bild und zwar genau diese tür an ja also ich bewege die tür zum mal irgendwo hin und ich möchte die tür schön zentriert hier in der mitte haben dann klicke ich einmal auf die tür zack springt die tür hier auch hin also genau da wo ich hingeklickt habe klicke ich jetzt hier oben in die ecke hier oben rechts zack springt das genau hier in die mitte meines bildes ungefähr gleich als wenn ich diesen rahmen darüber gezogen hätte wie ich euch doch gerade gezeigt habe und das ist der ganze hintergrund davon wenn ich das häkchen nicht drin habt dann funktioniert das ganze nicht ja liebe zuschauer das war's ich glaube ich bin hier wirklich durchgegangen komplett ich habe nichts vergessen das ist jetzt ein langer film gewesen und ja dann kommen wir irgendwann mal hierzu das ist jetzt so ein punkt der ist ja relativ neu dazu gekommen und hier mit diesen urheberrechtsgeschichten und hin und her so und genau jetzt würde ich aber sagen mache ich erstmal eine kleine pause zu diesem thema voreinstellungen photoshop und wir werden mal schauen was ich dann als nächsten film mache alles klar ich wünsche euch jetzt viel spaß beim einstellen eures photoshop programms bis dahin